Im Kessel Cup wird ein Halbfinale gefahren und die Aufstellungen werden gleich vorgenommen. Aber erst einmal fahren wir das Finale in diese Klasse. Und wir sind gespannt, ob jetzt die große Stunde der Cardios schlägt. Ob jetzt das Cardio Racing Team hier das Ding rocken kann. Zwei Halbfinale beim Kessel Cup. Es geht los. Die Flagge ist oben. Es wird wieder gestartet. Und wer hat das gestartet? Es sind die Rennarten mit Toni. Der kommt hier super raus. Der übernimmt die Führung. Ein Kette in die Rüssel. Es ist ein Liebkauf mit Adal. Und es geht ein Munter weiter. Ein kurzes Handzeichen. Alles in Ordnung beim Fahrer. Die gelben Flaggen sind draußen. Die freien Flaggen sind draußen. Und da kommen sie angeschossen. Die Fahrzeuge vom Cardio Racing Team. Die Rennarten sind auf. Die Rennarten sind auf. Die Rennarten sind auf. Die Rennarten sind auf. FKT Racing auf der 2. Und die Cardios auf 3 und 4. FKT Racing fliegt auf dem Erdball. Da sind die Cardios. Jetzt ganz vorne dabei. Die Rennarten auf. Die Rennarten sind auf. Das ist mit Toni! Und jetzt kommt es mit Toni! Wer führt und holt sich den Sieg? Euter Kajo ist im Team Grimme! Auf eins, auf zwei, auf drei, auf vier! Kajo ist im Team Grimme! Auf der fünften Bärspielebeginn! Auf der sechsten TTOC! Auf sieben noch einmal die Kajos! Auf acht Stock hat die Verbrochen! Über die Zehnliche sieben! Und die Zentrate mit Toni! Auf Platz Nummer eins!